Hey, ihr Maya liebenden Zombies, willkommen zurück zu Dead Island 2. Gut, dann lasst uns mal nach Michael sehen. Hier waren wir ja das letzte Mal schon. Aber der geliebte Speicherpunkt, ne? So, gehen wir nochmal an die Werkbank ganz kurz. Hat er es übernommen? Ne, natürlich nicht. Reparieren können wir auch noch nicht, das ist doof. Was ist denn das für eine ekelhafte Plöche, du? Das ist ja... Lass uns mal da runter gucken. Ganz ehrlich, Freunde. Hier unten sieht es mir zu ruhig aus. Es ist ruhig, zu ruhig. Hier ist ja gar nichts los. Allerdings ein gemütliches Bett. Dann würde ich sagen, Medikids haben wir, oder? Ich sehe es gerade nicht. Medikids dürften wir haben, oder? Ja, Medikids passt. Okay. Können wir da vorne eigentlich rein? Ne, ne? Wir müssen da oben lang. Ja, ja, hier ist dicht. Okay. Auf geht's, Freunde. Lasst uns hochgehen. Also, hoch und dann runter. Wie gesagt, hier sieht es ruhig aus. Zu ruhig. Aber naja. Dann nehmen wir den Aufzug. Ja, hier ist ein Proteinriegel. Da sind noch ein paar Schubladen. Aber hier ist es echt ruhig. Bis auf unsere Füße, die da quietschen, weil der Boden wieder frisch gewischt ist, wahrscheinlich. Das ist einfach nur abartig. Also, hier ist ja genauso ekelhaft. Ekelhafte Pildere. Hier ist überall noch ein bisschen Leben. Und wenn ihr mal müde seid, könnt ihr euch hier gemütlich hinhauen. Mit Tasty Donuts und mit eurem geliebten Zombie kuscheln. Dann lasst uns mal den Aufzug nehmen, auch wenn ich gar keine Lust habe. Auf geht's. Was? Welchen neuen Freunde? Wo denn? Ach, hinter mir. Oh Gott. Da kommen sie ja schon. Meine neuen Freunde, kommt. Lasst uns ein bisschen. Oh Gott. Ein bisschen kuscheln, wollte ich gerade sagen. Ich weiß doch schon wieder. Was ist denn mit dir los? Du warst bestimmt der Donutverkäufer, oder? Den haben wir mal das... Den haben wir mal das... Das Köpfchen runtergehauen. Hier geht es rund. Zwei in der Poppe, zwei in der Mund. Hit, 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 hit. Oh Gott. Geht's gerade echt rund, ey. Ist ja euer Problem schon wieder, Freunde der Sonne. Ja, wir rennen genau da rein, weißt du. Oh, jetzt geht der schon wieder los. Okay, wir sind auf jeden Fall überall Schocker. Nein, du bist mir nicht schön genug. Du hast gar keine Hände mehr. Mit dir will ich nicht kuscheln. Na, der schockt schon wieder, der Typ. Lass uns mal schnell gucken, ob hier noch irgendwas mit dem Futter rumliegt. Alter. Ist doch gut jetzt. Du siehst ja... Du siehst ja auch lecker aus. Das haben wir uns festgepackt. Komm. Geh weg. Boah. Das hat uns ja schon wieder... Ja, nie den Aufzug. Das hat uns auf jeden Fall schon wieder einen Haufen Medikets gekostet, ey. Sollen wir nochmal ganz schnell... Ne, wir kommen ja mal zurück, ey. Ehrlich gesagt, lasst uns nochmal schnell... Ein paar Medikets herstellen, aber... Dann suffeln wir was. Dann sollte das auch schon wieder hinhauen. Ah, da liegt sogar ein Mediket. Sehr nice. Gut. Guckt mal, da ist auch diese ekelhafte Plöche. Was ist denn das? Was ist denn hier los? Was? Werte Michael von dem Monster? Welchen Monster? Was ist denn das? Sind hier noch Spinnen oder was? Ah, ha, ha, ha. Hübsch, hübsch, hübsch. Komm hier rein. Okay, da ist auf jeden Fall noch eine Werkbank. Sehr nice. Dann lass uns mal schnell ein paar Medikets machen. Ich weiß, nehm ich nicht, was uns jetzt erwartet. Okay, haben wir alle. Können wir reparieren? Ne, ne? Doch, das geht auf jeden Fall. Okay, jetzt passt. Okay, Freunde. Guckt's euch an. Ekelhafte. Was macht der denn auch da bei dem Vieh? Da ist noch eine Kiste, wartet. Die sind voll, voll. Und hier sind halt überall diese ekelhafte Plöche, ne? Eis, ich möchte Eis. Können wir uns längstens abkühlen gehen, ey. Ein Zombiespinne, so ist es. Auf jeden Fall köstlich. Guckt's euch an. Naja. Oh Gott, was ist denn da? Oh, Junge. Ja. Ja. Ja, Gott. Alles deine Schuld, du Idiot. Was ist denn das? Alter, was ist denn das für ein Schöndling? Bring es um. Alicia, hin an das. Jetzt kotzt du es auch noch da rum, du. Du bist ekelhaft. Okay, das kotzt ja auf jeden Fall rum, das ist ekelhaft. Wie das Problem ist, wie kommen wir denn da dran? An die alte Schabrack. Du kommst ja nicht mal weg. Ja, ja. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Ich denke mir schon, dass du die Maya-Mutti bist. Ey, guck sie schon mal an. Die Maya-Mutti, Freunde, da ist sie. Ach, unten läufe. Dein fucking Ernst. Hauptsache sie vergiftet ihn selbst. Ja, du bist ekelhaft. Ah, guck, da sind sie doch. Alter. Ja, du bist die Kuh. Du bist kein Maya-Anhänger. Ja, ihr seid ekelisch, ey. Die alte Diten steht, so weißt du. Da ist auch noch was. Guck mal her jetzt. Oh, der Bauch, Freunde. Dicke Mutti, ey. Oh, burn, 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 burn. Nein. Nein, 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 wo kommst du denn her? Ja, unser schönes Schwert weg ist. Oh. Das ist doch noch die Läufer, weißt du. Und die Mutti, die da rumkotzt. Aua. Ja, super. So, den haben wir erwischt. Ah, sehr nice. Du auch? Die Mutti kotzt uns wieder in den Weg rein. Die Mutti ist fast tot. Komm her, jetzt hör auf, du kotzen, du ekelhafte. Oh, wir haben sie gleich, Freunde, komm. Das war's. Deine Mutti ist tot. Einfach so heftig. Ja, die Mutti, okay. Schafft. Jetzt wissen wir, wo die ekelhafte Blocher herkamen. Lassen wir uns erstmal schnell hier umgucken, bevor wir dem jetzt sagen. Medikit. Ich weiß nämlich nicht, ob es dann nicht einfach weitergeht. Deswegen einfach mal ganz schnell umgucken. Ah, da war auch noch was drin. Okay. Naja, der Kampf war eigentlich relativ easy. Bis da so unser Schwert halt kaputt ist, ne? Naja, gut. Komm raus jetzt, du Angst da hast. Deswegen, die sind wir in der Klemme. Was jemand ill? Nein. Nein, nein, noch nicht. Es ist nicht wie die Anfragen ist, was das heute nicht wert. Wir brauchen diese, um uns sicherzustellen. Ich helfe. Ja, und du bist so. Das ist ein schönes Junge. Emma meint ist ein großartiges. Ich gebe mir mehr als ich verabschiede. Ich kann nicht sein, was sie braucht. Ich kann nicht sie schützen. Du kannst sie helfen. Wir können alle rauskommen aus L.A., But she won't do the right thing without your advice. She could do anything. Prove it. Get back there and set her straight. Sure. Yeah, okay. Hey! You there? It's Sam B. Sam! How's the form? Heard you was in the hills. Me too. Got a line on some gun. Oh, you know just what the ladies like. No doubt. Come meet me. Let's get you back first. Can't have you getting bitten. Well, you don't need to worry about that, okay? I'll be fine. Das sagt er jetzt, ne? Kommen wir da jetzt nochmal rein, ne? Okay. Ach, das war die Spinne. Gut, cool, Freunde. Sehr, sehr cool. Die Sammy ist auch hier. Nice. Teddies. Teddy. Ja, kann man mal ein bisschen looten. Aber wir müssen auf jeden Fall unsere Waffe wieder reparieren, ey. Okay. Okay, nothing. Da ist aber noch was drin. Sehr nice. Oh. Zeigt mal die Axt. Wo ist sie? Da. Ui, mit Gift. Ui. Sehr geil. Die ist cool. Ja, hallo. Oh. Ein Mod, ein Funkgerät. Noch haben wir gleich. Oh, da ist eine Wegfahrt. Okay, Lagersprint. Da vorne sind schon wieder unsere Freunde. Machen wir gleich. Lass uns erstmal schnell hier reinschauen. Sehr schön. Ein bisschen Loot tut gut, Freunde. Kommen wir da rein. Ja, ja. Ich antworte hier gleich. Schätze mich nicht. Ich bin Lootgeil. Hier geht es ums Überleben. So. Gut. Ja, können wir nicht mal reparieren. Uns fehlt was. Scheiße. Ach, Mann, ey. Aber mir die Kids können wir herstellen. Sehr schön. Was brauchen wir denn noch? Was fehlt uns denn? Was sehen wir? Ach, Geld. Ach, Geld brauchen wir. Okay. Okay, okay, okay. Dann antworten wir dir. Was können wir tun? Hallo. Oh. Breaker, breaker. Neener, neener. Over. Okay. It's clear you're alive. I have a friend who needs help. Any chance you could get to the Halpern Hotel, like, soon? Depends on why, darling. I'm... Hold up. I'm Hannah. I'm hunkered down with my BCLA buddies and the rental we share in the Venice Canals, but I've lost contact with one of them. Rav. He's a med student. Statistically, he's dead. You haven't seen the Bobcats in action. He's a survivor. We were never seen there. And he's been making... Unique... Weapons. He'll make it worth your while. And you're suddenly bridge in the language barrier. Grant. I'll go for a jaunt to the helper and... Alles klar. Stillwaffen mit Sam Bee. Oder wir gehen zum Hotel. Eigentlich hab ich Bock auf Sam, Leute. Aber wir können ja sowieso... Wartet. Wir können ja sowieso hier auswählen, ne? Genau, wir haben ja noch die Clickbait. Saubere Klau. Und die Keinkopf-Zombie. Dann lasst uns doch erstmal das machen. Dann können wir auch mal gerne die zwei noch machen. Dann lasst uns erstmal zusammen gehen. Nämlich mal schauen, was er für Waffen für uns hat. Der hat immer coole Sachen, auf jeden Fall. Sam, ich bin zurück in Beverly Hills. Wo sind diese Schäden? Ich und Ronnie sind auf 12 Archill Ridge. Ich bin da. Okay. Kommen wir hier rein, ne? Hab ich mir gedacht. Hm, 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 hm. Ah, okay. Ja. Dann müssen wir hier auch nochmal zurückkommen, wenn der NPC wieder da ist. Okay. Ah, Strom benötig. WTF. Ah, Elektrostörn. Ui. Noch geiler. Geil, geil, geil. Okay. Das heißt, jetzt haben wir hier dran werfen, oder wie? Schätz das mal, oder? Testen wir mal. Okay, dann müssen wir jetzt kurz warten. Was sind das Attribuy gerade dafür? Oh, die sind schon Level 10 hier unten. Die Arme. Oh, ein Läufer. Du siehst lecker aus. Okay. Gibt es aber wenigstens ein bisschen Geld. Hm, dich hat es auch erwischt. Okay. Okay. Hier ist lecker Zeug, lecker Zeug und da ist ein Rad. Ja, aber wofür? Und wo? Du hast gesehen, hast unser Aha. Aha. Ja, toll. Und was ist hier? Dann ist es wahrscheinlich, ja. Dann brauchen wir noch eine Batterie, Freunde. Na, wir hätten uns auch erstmal hier unten drinnen umgucken können, ne? Bevor wir jetzt lauter Tats machen. Oh, bist du aber ein Hübscher. Oh, da bist du tot. Oh Gott, da sind ja noch welche drin. Oh, was ist mit dir? Du bist schon tot. Da ist die Batterie, Freunde. Na? Ah, ihr stellt wirklich das Gift. Ach so. Wartet mal. Muss ich hier unten rein, irgendwo, oder? Oh, ein Malme. Oh, wir haben die Tür aufgesprengt. Das ist gut. Ich möchte eigentlich jetzt ungern in die Runde lassen. Nämlich ein Läufer, ein Malme und irgend so ein Schlürfer. Oh, der packt sich durch. Das finde ich gut. Und, überlebst du das? Ja, natürlich überlebst du das. Aber wir haben dir einen Arm abgesprengt. Mh, dein Knochen. Komm hoch. So. Neffensäge, ey. Sehr nice. So, jetzt können wir da runter, ne? Dann sollte das ja alles kein Problem sein. Hoche ich. Ja, das Problem ist, wie kommen wir hier durch? Weil. Ähm. Wenn da ja das ganze Gift... Ah, ich sehe schon. Okay. Das haben wir jetzt schon gelernt. Hier geht's runter. Sehr nice. Jetzt hat sie das Ding mit der Falle los. Das glaube ich alles nicht. Nimm das Ding jetzt mit. Sehr gut. So, jetzt kommen wir hier hoch, oder? Sehr gut. Okay. Ähm. Da ging's rein. Okay. Irgendwie geht es immer weiter runter. Feuerwehr, geil. Super. Wir müssen da durchkommen, ohne dass du verbrennst. Ah. Ah. Immun. Ähm. Was machen wir denn da? Gegen den Feuerwehrmann. Ah, bist du aber ein schöner, du. Bist der richtige Stick. Hast schon viel gefressen unterwegs, hä? Okay, wartet mal. Ja, das macht schon Schaden, der Klopper. Sehr nice. So. Jetzt brennt's da ja schon wieder. Ah, jetzt haben wir kein Wasserkanister mehr. Ähm. Das, was wir machen könnten. Also mal. Oh Gott. Schau dir denn her. Oh Gott. Freunde, ich weiß gern, ob wir hier unten sein sollten. Ich bin grad echt überfragt. Alter, du lebst ja immer noch. Was ist denn dein Problem? Ich verstehe, warte mal. Flow Control. Tot. Ist auch tot. Oh Gott. Aha. Den hab ich gesucht. Oh, das Problem ist jetzt. Sind wir überhaupt richtig? Oder sind wir einfach irgendwo falsch abgebogen? Das ist dein Problem. Da ist noch ein Rad. Eine Tür für uns. Gleich steht den Druck aus. Ähm. Tank 2 aus. Was brauchen wir hier? 70. Schaufe fürs Schlüssel. Der ist denn der Affe? Ah, da drüben. So, warte mal. Jetzt nochmal den, oder? Nee. Ja. Thank you sagst du. Ich sag net thank you, weil... Hier geht's ab wie Sau, mein Freund. Wir klopfen uns einfach mal wild hier durch. Okay, Freunde? Ähm, ja. Sieht auf jeden Fall... ...gut aus. Einfach mal wild durchgeklopft. Das ist sehr schön. Oh, wo kommt die denn her? Immer auf diesen engen Raum hier, weißt du? Ja, hier. Bam. So, jetzt mal den Läufer weg, Freunde. Oh, der ist auch ein Läufer, oder? Weg jetzt mit dir. Oh, was ein Germetzel, ey. Der Fleischkörper ist geil. Der ist schön schnell. Und robust. Okay, jetzt brennt es hier auch nicht. Ja, hier könnten wir auch noch rein, aber jetzt lassen wir uns erstmal hier raus, ey. Heftig. Also, der Raum fand ich jetzt am Geisten, Freunde. Aha. Jetzt kommen wir hier auch rein. Da ist der Schalter. Da ist noch eine Werkbank. Da ist noch ein Plan. Chemikalien. Wunderbar, Freunde. Wunderbar. Oh, noch mehr. Schrott ist voll bei uns. Oha. Was ist denn hier los? So, dann lasst uns mal gucken. Das können wir wenigstens einmal reparieren. Da haben wir wenigstens unser Schwert wieder. Ja, kommt. Dann lasst uns wenigstens nochmal schnell ein bisschen mit... ...ding herstellen. Also, dann lasst uns das mal recyceln. Das ist nicht mehr so gut. Das ist auch nicht mehr so gut. 118. Brauchen wir denn mal wirklich? Und die 148 kann auch weg. Und der kann weg. So. Sehr, sehr schön. Genau. Top, top, top. Service online. Okay. Auf geht's. I'll be there soon. Triff dich mit, Sam. Da sind aber überall kleine Äffchen. So, wo ist denn Sam? Da unten, oder was? So, dann gehen wir wenigstens noch zu Sam, Freunde. Wie gesagt, der Fleischklopfer ist schon richtig geil. Wie gesagt, ähm... Der ist halt auch blau, ne? Das ist ein guter Gegenstand. So, dann nehmen wir den mit rein. Und wir nehmen den mit rein. So, dann sind wieder irgendwelche Freunde von uns. Juhu. Oh, da hinten ist wieder noch eine schöne. Oh. Sehr schön. Also nur Treibstoffgenüste. Auf geht's. Ah, da hinten ist er. Freunde der Sonne. Wir haben es geschafft. Und wer bist du? Okay. Das ist schön. Alles klar. Aber Freunde, ich würde sagen, lasst uns im nächsten Part hier einbrechen. Vielen Dank fürs Anschauen. Und wir sehen uns wieder bei Dead Island 2.